Freunde, übrigens, es gibt mal wieder dicke Neuigkeiten bei Paulberger Limo. Und zwar sind wir ab sofort auch in Österreich am Start. Viele von euch haben immer gefragt, wir haben es endlich geschafft. Denn unser neuer Partner Sparfreunde macht das Ganze möglich. Wir sind ab sofort in allen Sparfilialen in Österreich am Start. Also stürmt jetzt die Läden, Leute, schnappt euch eure Paulberger Limo. Und dann würde ich sagen, Leute, Gruß an die Österreicher Paulberger. Let's go. Leute, wir müssen heute einen Dino-Angriff überleben in Roblox mit der Alfie. Was geht? Hallo, Aquaman. Und das Ding ist, wir können uns hier so eine Türme machen. Oh mein Gott, ich mach jetzt hier schon mal einen. Bro, bro, ich hab einen Scharfschützen hier platziert. Oh mein Gott. Bro, guck mal, der Scharfschütze greift hier an. Bro, die kommen aber durch, die kommen durch. Die kommen durch. Ich hab jemanden, der wirft Steine, guck mal. Einen Steinwerfer, okay, ich mach auch nochmal einen Steinwerfer. Oh mein Gott, und Angriff, Angriff abgewährt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, wir haben 100 Lebensschütze und wenn die durchkommt, verlieren wir Leben oder was? Ja, ja, das ist hier so, Bro, wir müssen diese Dino-Angriffswellen hier überleben. Das sind insgesamt 20 Wellen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Und wir haben 100 Leben, das heißt, wenn die durchkommen, verlieren wir. Oh, 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 das ist gar nicht gut. Das ist... Das wird niemand schaffen, Aquaman. Das wird niemand schaffen, Bro. Bro, das sieht gerade ganz schlecht für uns aus. Hä, die kommen ja durch. Ich mach einen Scharfschützen gekauft. Bro, ich mach hier mal so ein Auto. Ich hab Autos gekauft. Oh, jetzt kommt ein Auto da hinten angefahren, was die angreift. Oha. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das ist ein echtes Auto, guck mal. Sehr gut, sehr gut. Oh, das Auto rettet uns gerade. Das Auto rettet uns, Bro. Der fährt die richtig weg. Oh mein Gott, der überfährt die einfach. Oh, oh, ähm. Das ist OP, ich hab auch ein Auto gekauft. Okay, okay, stark, 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 stark. Gut, haben wir zwei Autos. Ich würde niemals durchkommen. Niemals komm jetzt nicht. Oh mein Gott, okay, wieder Geld, wieder Geld, wieder Geld. Das Ding ist, ich glaube, ich hol noch mal ein Auto, um ganz auf Nummer sicher zu gehen. Guck mal, was kann ich hier noch aufstellen? Ich hab mir noch irgendwas bei mir. Guck mal. Wie, wie? Hä, was ist das da? Ey, dadurch kriegen wir, glaube ich, mehr Geld oder so. Oh, wichtig. Sehr, sehr wichtig. Was hat das gekostet? Aber wo können wir Geld ausgeben? Oh mein Gott, was sind das denn jetzt für Große? Die haben schon 800 Leben. Ach, wir verdienen die ganze Zeit mehr Geld. Ja, ja. Ah, das ist OP. Das ist echt OP. Sehr OP. Bro, 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 wir können wieder was machen. Wir können wieder was machen. Ich mach noch einen Scharfschützen. Die Scharfschützen sind, glaube ich, krass, weil die können über die ganze Map schießen. Ich hab noch ein Auto geholt. Okay, stark. Hör einfach niemals zu, ich hab ein Nenisario. Sehr, sehr stark. Guck mal, ob du noch mal so einen zweiten Geldbunker... Guck mal, wie groß die schon sind. Check mal, ob wir noch so einen zweiten Geldbunker bauen. Ähm, ich hab grad nicht genug Geld dafür. Zack, 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 zack. Kommen die schon durch? Ne, noch nicht, oder? Bis jetzt, bis jetzt ist noch alles gut. Wir haben noch kein Leben verloren. Die sind schon in über einer Mütze, Akronix. Oh mein Gott, oh mein Gott, ja. Das gefällt mir grad gar nicht. Aber gleich kriegen wir wieder Geld. Oh, einer kommt durch. 8000 Dollar, 8000 Dollar wieder. Äh, die Frage ist, ich glaub... Ich mach hier noch ein Geld zu. Ich mach noch einen Sniper. Ich mach hier voll viele von diesen Snipern. Was hab ich denn hier noch überhaupt? Was ist das denn? Ich glaub, Sniper... Okay, das ist strong, das ist strong. Ich glaub, die Meta ist, Bro, lass Sniper und Autos machen. Weil Sniper können über die ganze Map schießen und die Autos fahren hier um. Ja? Ich glaub, wir können nur 12 Sachen maximal platzieren. Ja, jetzt haben wir schon 7. Nicht so gut. Egal. Ich hab 8 Sachen. Das ist nicht so gut für mich. Ist egal, Bro. Und man kann die Autos upgraden, sich gerade. 4.000 Dollar, ja, ja. Man kann die Autos noch stärker. Man kann alles upgraden. 6.000. Ich mach mal noch ein drittes Auto. Ich hab jetzt drei Autos. Ich glaub, das reicht. Ich mach noch ein Geld-Upgrade, zack. Ich hab meine Sniper eingestellt, dass sie den Stärksten angreifen. Das kann man einstellen. Ich glaub, das ist gut. Ich glaub, das ist gut. Ja, aber ich mach nur die Sniper auf den Stärksten. Die anderen sollen immer den Nächsten angreifen. Sehr gut. Weil dann sollen die Sniper immer quasi den Ding zu Fall bringen. Oh, Bro, wir haben wieder voll viel Geld. Vergiss das nicht, vergiss das nicht. Ich hab nur 2.000. Oh, ich hab voll viel Geld. Ich kann auch die Anzahl im Kauf. Ja, das ist gut, das ist gut. Das ist gut. Ich glaub, wir kriegen jetzt echt mehr Geld. Die dürfen niemals durchkommen. Ey, die Sniper, die kosten... Bro, die Sniper, die kosten ja nur Ding, nur 2.500 zu upgraden. Die sind voll gut. Ja? Ja, die sind voll günstig. Boah, guck mal. Und die 42 Schatten. Bro, guck mal, wie easy wir das besiegen. Unsere Autos fahren sogar schon zu den anderen durch. Wow. Ganz easy, Bro. Ganz easy. Das ist, glaube ich, 8 von 20. Ich glaub, das wird jetzt immer härter. Ja, Bro, kein Ding für uns. Zack, 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 zack. Bro, meine Sniper. Ist dir sicher, Bro? Die Sniper sind ready. Meine Sniper sind ready, Bro. Ich komm auch auf den Stärksten. Oh ja, meine Sniper, die zerstören ja alles. Wie viel Schaden machen die? Bro, die machen schon 40 Schaden. Ich hab 16.000. Was soll ich noch holen? Scharfschützen, oder? Stark, stark. Scharfschützen, zack. Ich hab noch einen platziert. Geil, 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 geil. Stark, 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 stark. Stärksten upgraden sogar kann ich. Ich kann noch zwei weitere Sachen holen. Ich weiß nicht, ob ich noch ein Auto holen soll oder nur auf Scharfschützen gehen soll. Ich hole noch mehr Steinwerfer hier vorne. Was ist denn eigentlich das hier, Leute? Vielleicht soll ich die auch mal probieren. Upgrade die, zack. Was soll ich hier noch was anderes bauen? Komm, ich probier das mal. Vielleicht können die was. Immer stärkere Dinosaurier. Ja, die sind schon richtig stark. Ich bin immer stärker. Wow, Bro, ich kann hier so einen krassen Roboter machen. Was ist das denn? Warte. Als Upgrade, oder was? Nein, nein, nein. Warte, guck hier. Alter, der schießt Laser. Wo hast du den denn her? Alter, Junge. Wo hast du den her? Die sind richtig krass. Wie teuer war der? 5.000. Kriegt direkt noch ein Upgrade rein. Hey, wo hast du den? Bro. Oh mein Gott. Okay, jetzt bin ich hier ready. Jetzt habe ich hier meine Schießbude hier vorne. Irgendwas platziert, das war es. Mehr kann ich nicht identifizieren. Ja, das ist easy. Guck mal, die wissen gerade gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist hier, die Dinos. Max, das ist alles die Hälfte, Bro. Die wissen hier gerade gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Oh, guck mal, 10.000 Dollar. Es wird mal Zeit hier. Ich mache mal die Autos geupgradet. Dann machen wir mal noch hier den da. Zack. Alter, die Dinos. Guck mal. Zack, 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 zack. Alter. Oh mein Gott. Was ist denn was? Bro, der weiß gar nicht, wo vorne und hinten ist. Guck mal, der ist jetzt gleich schon weg. Und zack, weg ist er. Guck mal, wie schnell wir den Boss hier gekleppt haben. Aber der ist schon weit gekommen. Ja, nee, kein Ding für uns, Bro. Und jetzt will ich hier upgrade. So, habe meine Autos alle geupgradet. Auf ganz locker, easy, squeezy. Ich glaube, ich werde mal... Warte mal, ich kann den Steinwerfer hier verkaufen. Dann mache ich lieber nochmal hier so einen Todesroboter hier vorne. Wie viel Geld wir haben. Oha. Der Geld-Upgrader ist, glaube ich. Bro, der Geld-Upgrader ist crazy. Und nochmal jetzt 10.000. Ah, ganz schön. Hey, Leute, guck mal, wie die weggespampt werden hier für uns. Oh mein Gott. Ich sag dir, die wissen nicht, wo vorne... Ja, du weißt schon, du darfst dich unterstützen. Die Armeen werden immer größer. Die kommen immer näher. Zack, vergiss nicht, mit deinem Geld auszugeben. Ich habe gerade nochmal Autos upgrade. Wir haben noch 5.000 Leben. Oh Gott. Ja, Bro, nee, nee, nee. Bro, die Sniper. Weißt du, was die Sniper für eine Range haben? Die schießen den noch so runter. Ich habe auf Stärksten eingestellt. Wir müssen 1.000 Leben. Bro, keinen Stress, Bro. Meine Sniper-Einheit. Wir werden leben verlieren, wir werden leben verlieren. Nein, guck mal, meine Sniper-Einheit. Zack, Bec. Die machen das. Oh, das ist hier meine Scharfschützendruppe. Das ist OP-Truppe hier bei mir. Zack, 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 zack. Dann vertraue ich dir komplett. Ich glaube, Bro, diese Roboter sind, glaube ich, krass. Guck mal, die lasern die hier so weg. Ich glaube, ich muss... Bro, next round, ich werde so viele von diesen Robotern machen. Oh mein Gott, Leute. Die werden immer schwieriger. Die werden immer schwieriger. Ich habe 20.000. Alter, ich habe auch so viel Geld. Oh mein Gott. Ich mache jetzt mal ein Roboter-Upgrade. Ich mache jetzt hier gleich mal ein Roboter-Upgrade auf Stufe... Ja, aber was ist die Roboter? Ich habe keine Roboter bei mir. Ja, dafür habe ich da doch nicht den Geldbunker. Wir haben andere Sachen. Ich habe auch eine Waffe, sehe ich gerade. Achso, man hat auch eigene Waffen. LOL, guck mal. Schieß den Vogel ab. LOL. Die Waffe ist voll OP. Zack, 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 zack. Schieß den Vogel runter. Bop, 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 bop. Oh, das fliegt echt freig, das fliegt echt freig. Nein, easy. Alter, wie geil ist das denn aus dieser First-Person-Perspektive? Voll cool. Das ist richtig. Oh, oh, Bro, vergiss nicht Geld auszugeben. Vergiss nicht wieder hier zu investieren. So, die Roboter machen ihren Job. Sehr gut. Ich mache Geld-Upgrade. Sehr, ja, mache Geld-Upgrade. Oh mein Gott, es läuft, Bro. Guck mal, wir sind schon Level 16 und wir hatten noch nicht mal annähernd ein Problem gehabt. Wir hatten noch nicht mal annähernd ein Problem gehabt. Hier, alle Sniper, bam. Krass, weil der Sniper ist so gut, ey. Alles Sniper geupgradet. What's right? Ey, lass mal, Bro. Guck mal, die sind direkt an. Bro, verkauf mal dieses Steinwerfer, die sind unnötig. Mach da lieber was anderes. Ich habe gerade auch noch mal einen verkauft. Ich mache dafür lieber hier noch so einen Roboter nach vorne. Okay, dann verkaufe ich die Steine, Leute. Dann mache ich hier lieber Laser-Scharfschützen hin. Naja, besser. Und upgraden. Alter, werden die hier weggelasert. Oh, oh, oh. Da kommt ein Boss. Oh, da kommt ein Boss. Da kommt ein Boss. Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gute. Da kommt ein Boss. Sag vor allem. Oh, jetzt müssen wir unsere Autos regeln. Die Autos müssen jetzt zeigen, was die können. Das ist ein Riesenboss. Jetzt 50.000 Leben hat der. Ach, du Heilige. Den schaffen wir nicht. Doch, doch, doch. Wir kommen durch. Nein, schaffen wir, schaffen wir, schaffen wir, schaffen wir, schaffen wir. Du hast immer noch 40.000 Leben, Max. Ja, aber die Sniper, die Sniper-Fokus, die Sniper-Fokus, die Sniper-Fokus nur den. Die Sniper-Fokus nur den. Okay, könnte doch ein bisschen knapp werden. Könnte doch ein bisschen knapp werden. Warte, ich habe Auto-Upgrade. Ich werde Leben verlieren. Nein, nein, nein. Jetzt kommen noch krasse Autos. Ich habe krass nochmal geupgradet für 20.000 gerade. Schießt drauf, schießt drauf, Männerwaffe. Ich habe eine Riesenarmee durch. Oh mein Gott, nein, nein, nein. Das ist gar nicht gut. Bitte, bitte, bitte. Bro, wir werden Leben verlieren. Ich habe mich zu krass gefühlt. Wir werden richtig Leben verlieren. Ich habe mich zu krass gefühlt, Bro. Ich habe mich hier leider zu krass... Nein. Ich freue mich. Nein, nein, nein. Wir haben Leben verlieren. Ich habe die Leben verlieren. Nein, nein, nein. Komm, Autos, Bro. Die Autos müssen jetzt regeln. Guck, ob du deine Autos noch upgraden kannst. Nein. Max, 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 Max. Das war es, Bro. Wenn wir jetzt verlieren. Nein, nein, nein. Bitte, bitte, bitte. Wir haben so viel Leben verloren. Bro, wir haben so viel Leben verloren. Wo sind unsere Autos? Ja. Ich habe die geupgradet. Ich habe die geupgradet. Nein. Nein. Ich habe einen Jeep geholt. Ich habe einen Jeep geholt. Oh mein Gott. Haben wir gerade viel Leben verloren. Ich habe jetzt richtig krasse Autos geholt. Richtig teure Autos. Richtig teure Autos. Ich habe jetzt auch alle auf 20.000 geupgradet. Wir haben weniger als die hellste Leben, Max. Aber das ist die finale Welle jetzt. Das ist die finale Welle. Oh oh. Ich komme wieder welche durch. Ich komme wieder welche durch. Autos, Max, schneller, bitte. Warum kommen die Autos so langsam? Verstehe das gerade gar nicht. Ich weiß nicht. Ey, das ist der Endboss. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Um Gottes Willen. Nein. Max, 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 Max. Wenn einer durchkommt, haben wir verloren. Ich muss irgendeiner noch upgraden. Ich muss irgendeiner noch upgraden. Da ist noch einer. Ey, wenn noch einer durchkommt, war es das für uns. Max. Wir haben uns zu krass gefühlt, Bro. Wir haben uns zu krass gefühlt. Was ist das hier aber auch? 40.000 Leben hat er noch. Wir leben hat er noch. Ey, yo. Yo, wie? Was kommt denn da alles noch? Ich habe noch. Bro, vielleicht hätten wir mit drauf schießen sollen die ganze Zeit. Wir sind auch doof. Schieß drauf. Hä? Wo liege ich denn hier? Wo bin ich? Schieß drauf. Ja, wir haben verloren. Wir haben verloren. Oh, nein. Oh, mein Gott. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Ja, der hat auch 80.000 Leben, obwohl wir... Hä? Woher kam das denn jetzt? Ey, Bro. Das ist doch die letzte Welle, Bro. Ey, Bro, lass uns nochmal versuchen. Ey, irgendwas haben wir falsch gemacht. Leute, wie stark waren die? Oh, mein Gott. Ich dachte, wir waren krass. Ich dachte auch, wir sind krass. Wir haben nicht mal Level 1 geschafft. Ey, Bro, lass uns nochmal versuchen. Lass uns bitte nochmal versuchen. Das können wir nicht so auf uns sitzen lassen. Okay, okay, okay. Komm, komm, komm. Ich werde direkt diese... Wir müssen mit mehr Taktik spielen. Mit mehr Taktik. Ja, wir müssen... Ich werde diese Laserleute aufstellen. Ich werde hier Laserleute aufstellen und direkt ein Auto. Nur Laserleute. Nur Laserleute. Ich werde die so weglasern jetzt. Ich mache nur Scharfschützen. Ich mache nur das Stärkste, was ich habe. Und Autos. Ja. Und Geld, 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 Geld. Ja, Geld. Wir brauchen, glaube ich, ultra viel Geld. Ich glaube, das ist voll Gamechanger, diese Gelddinger. Warte, wir müssen gar nicht so viel Geld verdienen. Und dann mache ich die Geldpunkte wieder weg. Und dann kann ich noch mehr Waffen platzieren. Ja, aber lass erst mal richtig viel Geld machen. Ich mache Geld, ich mache Geld. Ja, mach du Geld. Oh, oh. Ich mache hier... Ein Auto kommt schon. Ich mache nur noch Roboter, Bro. Ich mache nur noch Roboter. Okay, okay. Laser. Ich mache hier vorne. Das wird hier die Laserstraße hier vorne. Okay, gleich nochmal 5. Ey, 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 Mann. Wir waren die ganze Zeit so gut und auf einmal sind die voll OP geworden, ey. Ich verstehe nicht, wie, wirklich. Ich check auch gar nicht mehr. Ich würde es nicht verstehen. Das Spiel ist echt schwer. Vielleicht hätten wir die aber auch nicht auf den Stärksten einstellen sollen, sondern irgendwie einfach auf den, der zuerst kommt. Ich weiß es nicht. Weiß nicht. Okay, also noch läuft es gut. Sehr gut. Bau du immer schön die Geldbunker. Sehr gut. Oh, Bro. Nächster Roboter. Nächster. Oh, guck mal hier vorne. Alfie, die Laserstraße. Oh, 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 oh. Die müssen wir ja schaffen. Die sind halt aber auch so stark, ey. Das gibt es doch nicht. Die können auch schon gut durch. Ey, die machen so gut Geld. Versuch gleich nochmal so einen Geldbunker zu machen. Okay, ich mache nur Geldbunker. Versuch nochmal einen. Also nicht nur... Ich bin Gelddrucker und du bist Laserdrucker. Ich bin Laserdrucker, ja. Weil ich glaube, das lohnt sich voll immer. Nach einer Runde kriegt man, glaube ich, nämlich immer den Bonus von denen. Alter. Wir sind schon bei der fünften Welle. Mal gucken, wie schnell, ob wir das diesmal schaffen. Ist das correct? Ist das correct, Bro. Alter. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich will das diesmal schaffen, Max. Wie viel Geld kriegen wir? Wir müssen... Ich glaube, man kriegt jetzt immer nach der Runde einen Bonus. Ja, guck, Runde vorbei, zack, wieder. Ah, ich kann von den Robotern darf ich nicht mehr machen. Hä? Wie lost ist das denn? Von dem Geld kann ich auch nicht mehr platzieren. Auch nur drei. Ey. Egal. Okay, dann mache ich noch Scharfschützen. Oder ich mache die Roboter erst mal voll Upgrade, weil ich glaube, die sind echt OP. Ja, mach das, mach das. Ich grade die hier noch ab, die Scharfschützen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Aber kannst du diese Geldtempel upgraden? Ja. Bro, wenn du die upgradest, dann bringen die doppelt so viel Geld rein. Ja, das war teuer. Wie teuer ist der Upgrade? 6.000, 5.000. Ja, mach das mal als nächstes. Wir halten die hier grad ganz gut ab. Wir sind echt gut dabei. Wir können jetzt nochmal investieren. Aktuell brauchen wir nicht mehr Türme. Komm schon. Bro, easy, ganz easy. Also meine Laserstraße hier vorne hält die ja schon ab. Jetzt müssen wir auf jeden Fall in Geld investieren. Jetzt müssen wir erst mal Geld anlegen, damit wir dann später richtig fett was bauen können. Stimmt, stimmt, stimmt. Weil sonst schaffen wir das wieder nicht. Man muss hier direkt früh investieren. Okay, 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 okay. Bitte alles reinlegen. Ich liebe meine Laserstraße. Ich liebe die Laserstraße hier vorne. So. Bro, jedes Mal, wenn ich in First Person gehe, fällt der auf den Boden. Oh, jetzt. So. Ich habe ein Geld-Dings geupgradet und noch eins. So, jetzt läuft es rum. Stark, stark, stark. Stark, stark, stark. Oh mein Gott, die sind alle geupgradet. Die sind alle geupgradet. Habe ich das schon 7 von 12? Kann man das nicht irgendwie höher machen? Ich weiß es nicht. Vielleicht wenn wir Haustiere kaufen, ich gebe die mehr Platz. Das kann auch sein. Vielleicht müssen wir hier Haustiere holen, das stimmt. Hast du die jetzt geupgradet? Bro, die geben als nächstes 5.000er Bonus. Ach, du heilige. Okay, da kriege ich. Bro, das ist wirklich die Meta. Das ist wirklich die Meta. Die Bunker, die Geldbunker zu upgraden. Ich glaube, ich hätte mir die auch kaufen sollen. Weil dann könnte ich auch nochmal 3 machen. Dann kriegen wir ultra viel Geld. Dann schau mir das Loch hier. Boah. Am Ende war ja kein Geldproblem. Wir hatten einfach zu wenig Leute im Team. Ja, aber Bro, wenn wir mehr Geld gehabt hätten, hätten wir alles noch mehr upgraden können. Jetzt investieren wir unser Geld. Guck mal, wie viel Geld wir kriegen. Alles ist gut. Okay, okay, okay. Ich weiß es nicht. Alles ist gut, Bro. Alles ist gut. Mach dir keine Sorgen. Ich will. Ich will. Ich will nicht schaffen. Ich bin voll weggekommen. Mach dir keine Sorgen. Alter, 40. Upgraden, 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 Upgraden. Max, Upgraden. Ja, ich spare gerade noch ganz kurz an. Ganz kurz ansparen, weil dann kann ich hier den nächsten. Alter, ich mache gleich den nächsten. Ich mache gleich den nächsten hier auf den. Mal am Upgraden, Mal am Upgraden. 18.000. Bei 18.000 kann ich den T3-Roboter upgraden. Dann ist hier Ende. Dann ist Schicht im Schacht. Wie viel machen die? Wir haben aber guten Speeds. Wir machen mal eins von denen auf maximaler Stufe. Boah, die kommen hier schon gefährlich weit. Ja, die kommen hier schon, weil ich habe es gesagt, Max. Die kommen hier schon sehr gefährlich weit. Ja, was sollen wir machen, Bro? Ja, nein. Nächster geupgradet. Die sind schon maximal platziert. Was machen wir jetzt? Soll ich einen Geld zum abgeben? Nein, nein, warte, warte. Halten, halten, halten. Weiter halten, weiter halten. Jetzt sind wir wieder an dem Punkt Welle 16. Jetzt wird es hier wieder schwer. Wir sind wieder Late Game. Ich grade alle ab hier, die ich upgraden kann. Ich glaube, wir müssen jetzt doch ultra viel Geld immer kriegen. Oh, oh. Jetzt wird es richtig schwer. 14.000. Jetzt wird es richtig schwer, Bro. Ich sag dir ehrlich, Bro. Hast du Autos noch? Ähm, ich glaub keine. Mach du vielleicht auch nochmal Auto. Aber man muss ein paar Sachen abreißen. Nee, nee, nee. Dann lass, dann lass, dann lass. Okay. Bro. Ey. 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 Bro, hallo. Ich will aus der First Person raus. Warum geht das hier grad nicht? Drück nochmal, ey. So, jetzt. Der Boss kann. Der Boss. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jetzt mit angreifen. Wir müssen mit angreifen. Mach ich. Mit angreifen. Ich bin ja bei hinten. Verschwinde. Lass uns die Ruhe. Lass uns die Ruhe. Hau ab und. Bringt den Boss zu Fall. Oh. Wie viel Leben hat er noch? Wie viel Leben hat er noch? Oh nein. Der hat noch 40.000 Ricks. Auto upgrade. Auto geupgradet. Gar nicht gute, gar nicht gute, gar nicht gute, gar nicht gute. Warte, warte, warte. Bro, vergiss nicht, wie viel Geld wir grad machen. Upgraden, upgraden. Mach irgendwas. Autos, Auto upgrade. Der Plan auf 75.000 geupgradet. Let's go. Der muss doch stark sein. Der muss den besiegen können. Bitte. Nein, nein, nein. Autos, haltet ihn auf. Haltet ihn auf, Autos. Haltet ihn auf. Ja, doch, wir schaffen es. Die Autos, die halten ihn auf. Das schaffen wir. Das schaffen wir. Die letzten 8.000 halten. Schaffen wir, schaffen wir. Schaffen wir, schaffen wir, schaffen wir. Ich glaub nicht, ich glaub nicht. Doch, 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 der ist weg. Der ist 70.000 wieder. Ich muss einen neuen Soldaten holen. Ja! Schaffen wir, schaffen wir, schaffen wir. Was kostet ein Roboter? Ich mach wieder einen von 75.000. Alter, das nächste Roboter-Upgrade kostet 50.000, aber dann sind die ultra stark. Ich mach meine Soldaten hier schon auf 75.000. Boah. Crazy. Auf alle sind nicht gut. Ich mach nochmal ein Auto. So, hier nochmal 75.000 Upgrades. Ich bin jetzt auf maximale Stufe. Ich mach die Autos jetzt auch hier mal auf 20.000er Upgrade. Da kommt wieder der Boss. Ey, schon wieder ein Boss. Aber das ist die letzte Welle, Bro. Das ist jetzt die letzte Welle. Ich schieß auf ihn. Ich schieß auf ihn. Oh mein Gott, da kommt noch einer hinterher. Ey, das ist doch... Aber den haben wir fast down, den ersten. Den ersten haben wir fast down. Ey, wenn der erste jetzt schon down ist, ist das sehr gutes Zeichen. Sehr gutes Zeichen. Sehr gutes Zeichen. Komm, Autos. Direkt alle Autos raus. Alle Autos hier raus. Hinterher schicken. Direkt zack, zack, zack. Oh, oh, das ist eine Riesenarmee. Das hat eben nicht überlegt. Das ist jetzt Finale. Gerade immer haben wir es nicht geschafft. Diesmal werden wir es schaffen. Der Megaboss kommt. Ach, jetzt kommt erst der Megaboss, dieses Mammut. Okay, das war es, Bro. Das war es, das war es. Das war es echt gewesen, Bro. Ich mach meinen Scharfschützen hier noch 75.000. Bro, reiß deine Türme. Jetzt die Geldbunker abreißen. Schnell, 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 schnell. Ganz viele Autos jetzt. Mach Autos. Äh, 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 ich kaufe, ich kaufe, ich kaufe. Schnell, alle Geldbunker, alle abreißen. Bist du sicher? Ja, das ist doch jetzt eh die letzte Runde. Wir brauchen danach kein Geld mehr. Stimmt, 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 stimmt. Aber ich glaube, wir werden es schaffen. Guck mal, ist nur noch der Endboss. Den schaffen wir, den schaffen wir. Ich habe geheimnis, das Auto. Ist nur noch der Endboss. Ich habe 100.000 reingesteckt. Ja, easy, schaffen wir. Guck mal, guck mal, guck mal. Guck mal, ist der letzte. Willi, hat er noch? Geil, 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 geil. Oh mein Gott, diesmal haben wir es. Diesmal haben wir es, diesmal haben wir es. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh mein Gott. Gee, geez, Alfie. Wir haben es geschafft. Echt? Leute, das ist hart. Ein Level weiter. Das ist richtig schwer, ey. Oh mein Gott. Okay, komm, wir machen direkt nächste Runde, würde ich sagen. Wir können jetzt nämlich ins nächste Level gehen. Und hier, Bro, Dschungel. Als nächstes ist das Dschungel-Level. Bist du bereit dafür? Was ist das denn hier? Alter. Irgendeine Wünsche kriegen oder so? Man kann hier so OP-Roboter. Guck mal, man kann hier so Kisten aufwarten für 15. Magier. Dann kann man hier zufällig was kriegen. Guck mal, man kann hier zufällig was kriegen. Wo sind die Kisten? Irgendwelche OP-Austiere. Wo sind die? Hier am Spawn. Ich kriege einen Cyberdrachen. Nee, Diamantverteidiger. Okay. Und... Ich hab das richtig OP. Ich hab das richtig OP. Was? Alter, ich hab irgendwie so Soldaten bekommen. Okay. Okay, Bro. Ich glaub auch. Hier kriegen wir voll die OP-Dinger fürs nächste... Ey, schon wieder. Ich hab so was leichter bekommen. Ja, ich hab auch die Soldaten. Ja, toll. Jetzt hab ich kein Geld mehr. Äh, okay. Das ist nicht so gut der Coin-Mix. Das ist gar nicht so gut. Und man muss feuer Plätze aussuchen. Oh nein. Was nehme ich weg? Ach, die Höhlenmenschen raus? Wir können uns jetzt ergänzen. Ja, die Höhlen-Dinger auf jeden Fall raus. Wähle einen Hotbar-Slot. Genau. Und wir brauchen ja auch nicht das Gleiche. Ich nehm zum Beispiel die Roboter auf jeden Fall rein. Alter, diese Kalmar-Soldaten, die kosten 15.000, die zu bauen. Aber das für Late-Game, glaub ich, sind die ultra krass. Was? Allein nicht, aber gefährlich, wenn sie... Alter. Oha, die sind richtig toll. Okay, lass in die nächste Runde. Wir machen die locker Blatt. Ja, okay, okay. Nächste Mal haben wir auf jeden Fall Blatt. Nächste Mal haben wir auf jeden Fall Blatt, Bro. Ab geht's, Leute. Okay, Leute. Wir sind jetzt hier auf der nächsten Map, Leute. Und wir machen natürlich hier auch wieder ein Schwer-Spielen. Bro, ich mach auf jeden Fall wieder meine Todes-Laser-Soldaten. Ich mach Geld, 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 Geld. Ich mach Geld, 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 Geld. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Zack, zack, zack. Aber das heißt, es ist ein schwieriges Level. Das wird sehr geprägt. Lasern, lasern, lasern. Ich hab alle drei Geldtürme platziert. Sehr gut. Basti, du hast direkt Geldtürme platziert. Ja, warte, dann mach ich hier noch Autos. Ja, drei Stück direkt. Dann mach ich direkt noch Autos. Ein Auto, was hinten ein bisschen aufräumt. Oh, du kannst alles jetzt schon durchkommen. Aber wenn ihr jetzt schon anmacht, kein Problem. Bro, das war vielleicht nicht so schlau direkt alle drei Gelddinge. Aber, okay. Ich mach hier noch Autos. Ich mach Autos. Okay. Die Autos werden das jetzt überleben. Ja, ja, dann mach du erst mal die Autos. Ich konzentriere mich hier auf vorne. Die Map ist ja riesig. Guck mal, die geht viel weiter. Das ist ein Riesen-Map. Stimmt, ich auch. Ja, Bro, kommen die durch hinten? Nein. Okay, die Autos halten auf. Die Autos halten alles auf. Boah, wir machen richtig wenig Schaden. Sehr gut, sehr gut. Alles gut. Alles ist gut. Alles ist gut, Bro. Alles ist gut. Dann mach ich noch mehr Autos. Dann mach ich noch mehr Autos. Ich konzentriere mich auf die Laser-Dinger hier am Anfang. Du machst die Autos. Geld upgraden. Die rennen aber voll schnell hier durch, ey. Oh, oh. Das wird kein einfaches Level. Ich glaub, das wird ein hartes Level, ja. Aber alles ist gut. Alles ist gut. Alles ist gut. Noch ist alles gut. Nein, nein, nein. Das kriegen wir hin. Doch nicht, doch nicht, doch nicht. So. Okay, okay. Ich werde sofort Geld upgraden, wenn ich kann. Du hättest auch die Geldtürme rollen müssen, Bro. Nein, alles gut, Bro. Alles gut, Bro, Bro. Guck mal, hier hat meine Laser-Straße regel schon wieder. Reicht, wenn einer von uns die macht. Reicht, wenn einer von uns die Geldtürme hat. Oh, oh, oh. Ja, aber alles gut, Bro. Guck mal, unsere Autos räumen auf. Die Autos räumen wieder auf, Bro. Nein, 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 nein. Doch, doch. Ich spawne gleich auch noch mal. Es sind zu wenig Autos. Ich spawne auch noch mal Autos. Guck mal, die räumen voll auf hinten. Ganz aufentspannt. Ich überlege, ob es so schlau war hier, weil die kommen teilweise so schnell durch. Warte mal, ich glaube, ich bin doof. Ich muss die Laser-Straße eigentlich hier in die Ecke machen. Ich glaube, dann haben die nämlich eine größere Range, die zu treffen. Da, wo am meisten Range ist. Ja. Ich glaube, eigentlich hier so in der Mitte. Da, wo deine Autos stehen, macht, glaube ich, eigentlich am meisten Sinn. Das kann sein. Weil hier, die hören halt. Die Autos ist jetzt noch keiner durchgekommen. Wir haben immer noch 100 Leben. Ja, alles ist gut. Soweit ist noch alles gut. Wir können nicht weiter Geld upgraden, als nächstes. Alles ist noch gut. Oh, oh. Jetzt sind es richtig viele Aquamics. Jetzt sind es richtig viele. Oh, nein. Oh, oh. Oh, nein. Oh, 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 oh. Ich habe ein bisschen Angst, Bro. Jetzt sind nämlich echt viele gerade durchgekommen. Sniper hast du keine dabei, oder? Ich glaube, gerade auf dieser großen Map sind Sniper. Ja, perfekt. Das ist sehr gut. Ich mache noch ein Auto. Ich mache auch noch schnell eins. Ich mache auch noch schnell ein Auto. Zu gefährlich. Naja, aber halten wir auf. Die Autos regeln. Die Autos regeln. Ich weiß nicht. Doch, 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 doch. Alles ist gut, Bro. Alles ist gut. Soll ich jetzt noch sparen auf die 15.000er-Armee? Vielleicht ist die krass. Boah, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Dann würdest du zu lange dein Geld zurückhalten. Mach erst mal die Bunker, die Geldbunker upgraden. Ja, stimmt eigentlich. Stimmt. So, okay, sehr gut. Die Welle haben wir überlebt und kein Leben verloren. Sehr gut. Okay, ich kann jetzt meine Roboter upgraden. Das lohnt sich auch immer krass. Oh, 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 oh. Die kommen sehr weit nach vorne. Die kommen sehr weit nach vorne, Max. Das ist ein Problem. Nein, alles gut. Alles gut. Alles ist gut, Bro. Warum meistens haben stärkere Leute? Alles ist gut, Bro. Oh, 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 oh. Nein, der ist weg, der ist weg. Knappes Ding. Ganz knappes Ding. Ich habe jetzt drei Autos und fünf von diesen. Warte, davon darf ich nicht mehr. Soll ich noch mal Geld upgraden oder Armee holen? Da kommt schon ein starker, Max. Der hat schon viel Leben. Ich mache einen Diamant-Puch. Ich mache einen Diamant-Puch. Oh, 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 stark, stark, stark. Stark, aber so viel bringt der ja gar nicht. Bitte, 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 bitte. Oh, mein Gott, die Autos müssen so carry. Oh, nein, nein, das trifft sie noch nicht mehr. Die Autos müssen so carry, ey. Ach, du Heilige. Du brauchst mehr Autos, du brauchst mehr Autos. Die Autos müssen so carry. Der Mann-Puch ist eigentlich ganz gut. Ja, aber mach die vielleicht, mach die doch, ja, oder mach die da hinten in deiner Linie. Dann mache ich hier vorne meine Laser-Ding. Ich habe nochmal Auto geupgradet, damit die den da hinten aufhalten. Oh, der nervt halt, der nervt halt. Der nervt halt, ich glaube, beim Verkaufen kriegt man auch nicht das Ganze. Oh, Bro, Bro, wir haben voll viel Geld. Und hier, schnell die Armee. Ich muss die Armee holen. Die darf nicht durchkommen. Komm, 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 bis sie gehen. Nein. Vergiss, oh, nein, wer im Schaden kriegt. Vergiss auch nicht, äh, ab und zu Dinge zu machen, ne? Ja. Ich habe die Squid Game Armee geholt. Ich habe die Squid Game Armee. So, sehr gut, sehr gut, sehr gut. 6.000, jetzt hier nochmal Auto upgraden. Okay, ich glaube, das sollten wir jetzt wieder schaffen. Das sollten wir jetzt eigentlich wieder schaffen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Alter, was ist das? Wie viel kostet dieser Laser-Typ, den du da hast? Ähm, 8.000. Oha, okay. Vielleicht ziehe ich lieber noch einen von denen. Bam. Okay, meine Roboter, meine Roboter sind jetzt auch hier crazy unterwegs. So, Diamantbohrer, Diamantbohrer, Angriff, 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 Diamantbohrer. Oha, nein, nochmal, mach nicht so viel Schaden. Da war die Squid Game Armee. Okay, okay, der kommt nicht durch, der kommt nicht mehr durch. Niemals, niemals schafft ihr das. Ey, Bro, jetzt sind ja aber schon zwei von diesen dicken Robotern. Hast du die Squid Game Armee geholt? Ja, einmal. Wo ist die? Wo stehen die? Ich sehe die nicht. Was hast du die denn geholt? Ja, bei mir ganz hinten, ganz hinten. Ah, Leute, komm. Da kommt die Squid Game Armee. Die kommen da auch so gelaufen. Okay, das ist krass. Das ist krass. Das ist sehr gut. 27.000 habe ich. Okay, Geld. Ich hole mir jetzt auch gleich die Squid Game Armee. Wenn das 15.000 kostet, muss das krass sein. Also auch gleich 15.000. Nein, ich kann keine Autos mehr platzieren. Das war's mit Autos. Ich kann auch mein Geld upgraden. Oh, das Spiel ist echt... Hier muss man echt konzentrieren, Aquamix. Schwierig, jetzt gleich. Die Squid Game Armee ist aber krass. Die ist krass. Oh, 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 Bro. Nein, die kommen durch, die kommen durch, die kommen durch. Das war's. Das war's. Schwierig, jetzt gleich zu cleanse. Ich sag dir ehrlich. Nein, wir haben nochmal Schaden bekommen. Das ist gar nicht gut. Ich glaub, die... Nein, wir sind schon nicht gekommen. Ich glaub, die Squid Game Armee, die können was. Ich glaub, die können was. Bro, wir brauchen mehr Bohrer. Wir brauchen mehr... Du musst mehr... Kannst du nicht mehr Laser nach hinten platzieren? Nee, mehr Laser kann ich leider nicht machen. Ich frage... Ich komm... Bro, ich werd jetzt nochmal in Squid Game Armee. Ich hab jetzt zwei Squid Game Armeen. Ich glaub, irgendwie, die sind nicht schlecht, wenn wir davon viele Pumdi patrouillieren. Wir müssen die einfach nur einmal nach vorne kommen lassen. Die schießen ja dann voll auf die drauf. Ich hab jetzt noch einen Diamantbohrer geholt. Ich hoffe, der macht echt viel Schaden auf einen Diamantbohrer. Okay, die hauen den weg. Wie viel Leben hat er denn noch? Die hauen den weg, die hauen den weg, die hauen den weg. Der hinten geht drauf. Der müsste draufgehen. Der hatte nicht mehr viel. Ich zieh sein Leben nicht. Wie viel hat der denn? Nein, der kommt 51 Leben. Die haben den geschnappt. Nein, die haben den geschnappt. Das war richtig Glück. Das war richtig Glück. Das war echt gerade richtig Glück gewesen. Oh mein Gott. Wir müssen halt einmal... Ey, nein. Guck mal, was kommt denn jetzt hier schon wieder für ein Boss? Yo. Ey, Mann. Das darf doch nicht wahr sein. Das Problem ist, wir kriegen die ganze Zeit nicht hin, dass unsere Autos und Squid Game an mir immer weiter vorne ist. Die sind die ganze Zeit da hinten so stuck. Oh, Geldboost, Geldboost, Geldboost. Oh, dicker Geldboost. Ich hab Geldtümer abgegradet. Bro, ich hab meine Squid Game an mir abgegradet. Nein, 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 nein. Ja, da kommt schon wieder einer durch. Ja, das war's. Das war's gewesen. Wiederschauen und reingauen. Das war's, Leute. Nein. Nein. Nein, sag was. Ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Ja, Bro, wir haben verschlafen. Wir haben leider, man muss leider sagen, diese Runde, diese Round haben wir verschlafen, Leute. Du musst auch Geldtürme holen, Mann. Ja, ich sag dir ehrlich, ich muss auch Geld. Nächstes Mal, ich brauch auch Geldtürme. Schade, ey. Los, Lobby, Geldtürme, los. Ey, Bro, wir können das hier nicht so auf uns sitzen lassen. Ich kauf mir jetzt hier 250 Münzen für 200 Robux. Ey, das ist echt teuer hier. Das ist richtig toll. Vielleicht gibt's die kurz. Warte. Nein, ist egal. Hab jetzt gekauft. Hab gekauft. Ist egal. Bro, pass auf. Wir machen es jetzt anders. Wir machen das jetzt mit Taktik, Bro. So, Inventar. So, okay, jetzt bin ich happy. Jetzt haben wir eine gute Ausbeute. Komm, komm rein hier. Komm rein hier, Alfie. Komm rein. Okay, Alfie. Jetzt, hier, schwer. Jetzt Taktik. Hör zu, hör zu. Komm her. Ich bin auf schwer. Komm her, komm her. Du machst jetzt die, wir machen jetzt hier eine Laserstraße hin. Wir platzieren die jetzt hier. Zack, weil da haben die eine richtig große Range, dass die an der Seite schon angreifen. Alles. Mach deine irgendwo hier hin. Okay, okay. Das wird hier die Laserstraße. Schnell. Warum nicht Geld? Sie müssen nicht Geld jetzt packen. Ah ja, und ein Geld. Und jeder einen Laser und ein Geld. Einen Laser und ein Geld. Guck hier hinten. Die machst du hier hinten. Ich habe Geld mehr für Geld. Ah, okay, okay. Ich konnte es mir noch leisten. So, sehr gut. Okay, wir haben wieder Geld. Jetzt mache ich Geld. Jetzt mache ich Geld. Wieder Geld. Ich mache direkt hier den nächsten Laser. Nächster Laser. Guck mal, weil die haben jetzt hier eine Ultra Range. Die fangen jetzt hier vorne schon an und schießen bis hier rüber. So, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich wollte Geld Upgrade machen. Diesmal müssen wir es schaffen. Das wird richtig schwer. Was kostet das Upgrade? Okay, ist nicht teuer. Ist nicht teuer. Okay. Und Upgrade, Upgrade. Meine Banken, meine Banken da hinten. Wir machen jetzt Ultra Geld. Direkt die Laserstraße und Banken. Laser, guck mal, es läuft gut, es läuft gut. Mach du auch, du jetzt auch wieder einen Laser. Zweiter Laser brauchen wir. Wir brauchen einen zweiten Laser. Das kostet 8000, Bro. 8000 kosten die? Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich ziehe den genau hier. Dann kann er ganz weit treffen. So, das Auto kann von hinten aufräumen. Perfekt, perfekt, perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Der Schaffschutz ist auch schon am Stärken. Stark, stark, stark. Der macht hier schon mal gute Vorarbeit. Sehr gute Vorarbeit. Mein Auto, da hinten auch. Es darf niemand durchkommen, niemand. Nein, 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 die kommen nicht durch. Die kommen nicht durch, die kommen nicht durch, kommen nicht durch. Wir müssen jetzt aber unsere Laserstraße mal upgraden als nächstes. Und weiterziehen, weiterziehen, länger machen. Ja, ja, ja. Ich habe wieder Geld, wieder Geld bekommen. Zahltag. Ich habe noch wenig. Egal, Auto, Auto carried jetzt. Dein Schaffschützer hat auch Big Range. Ich muss noch Autos platzieren. Zack. Und let's go, let's go, let's go. Wichtig, wichtig, wichtig. Wichtig, 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 wichtig. Okay, alles ist gut. Alles ist gut, alles ist gut. Alles ist gut. So, die Banken. Banken werden geupgradet. Banken werden geupgradet. Okay. Nächstes Auto trifft auch gleich ein. Ich habe auch noch so ein Bier. Mann, ich kriege ein Bohrer nicht hin, das ist so teuer. Will ich Autos noch mehr? Soll ich noch mehr Autos machen? Wie viele hast du jetzt? Eins, oder was? Ist das, glaube ich, nur eins? Ja, mach vielleicht mal noch ein Auto. Ist dein Auto. Mach mal noch ein Auto. Ich habe eins. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Ich mache noch ein Auto. Ich glaube, das ist nicht alles gut, Bro. Alles ist gut, Bro. Rät sehr schön, Aquimix. Alles ist gut, Bro. Oh, da kommen jetzt aber zwei. Bro, das war es. Schaffschützige Upgraden. Ach, du Heilige. Ach, du Heilige. Ach, du Heilige. Ach, du Heilige. Wir schaffen das, Bro. Einmal nicht aufgeben, Bro. Niemals aufgeben. Ey, es ist aber so schwer. Es ist so schwer. Ich reife ihn an. Einen besiegen wir von denen. Einen besiegen wir von denen. Ja, und der andere kommt dann durch. Oh mein Gott. Ja, der zieht aus dem Leben. Der andere können wir vergessen. Einer ist weg. Einer habe ich besiegt. Einer ist weg, okay. Ja, das ist schwer. Es ist schwer, Leute. Es ist sehr schwer. Wir müssen auf jeden Fall eine zweite Folge machen. Das kann hier nicht so weitergehen. Ich überlege halt die ganze Zeit. Jetzt soll ich Autos oder die Laser-Dinge upgraden. Ich weiß es nicht. Ich habe halt sehr viel in die Laser investiert. Ich bin eigentlich Laser-Fan. Ich will nicht sagen, ob die Laser krassen. Hast du das Geld geupgradet, Bro? Nee. Nein. Ich habe nicht Geld. Bro, weil ich halt die ganze Zeit nichts habe. Ich muss ja hier weiter die Dinger ausbauen. Sonst kommen die durch. Da kommt wieder einer durch. Oh nein. Kommt der durch? Nein, der kommt nicht durch. Der kommt nicht durch. Die Autos haben ihn gestoppt. Die Autos haben ihn gestoppt. So, der. Ich mache mehr Autos. Ich mache mehr Autos. Das Problem ist jetzt hier der da schon wieder. Oh, ey, Bro. Oh mein Gott, wie viel Geld. Wie viel Geld wir haben. Voll verschlafen. Schon wieder verschlafen. Alle geupgraden. Alle geupgraden. Komm schon weg mit dem. Okay, 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 okay. Ja, der ist weg. Der ist weg. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, Bro. Oh nein, Bro. Wie viel Leben hat der noch? Wir haben ein Problem, Bro. Wir haben ein Problem, Bro. Die Autos. Vielleicht, wenn wir starke Autos hätten, könnten die den aufhalten. Aber ich weiß nicht. Ich habe meine Autos. Alle Autos. Ja, ich gucke auch mein Geld. Was ich habe noch in Auto-Upgrades reinhauen. Ich hoffe, dass du noch upgraden. Die haben den geschafft, die haben den. Bro, die Autos sind strong. Ich habe jetzt einen, Bro, ich habe jetzt hier. Blau, die Autos ist gut. Bro, ich habe so kranke Auto-Upgrades jetzt hier gemacht. Ich habe auch meine Autos jetzt auf dieses Zehntausender-Upgrade gemacht. Die dürfen nicht mehr durchkommen. Die Autos müssen ihn stoppen. Autos müssen ihn stoppen. 100 Prozent. Oh mein Gott. Also das ist hier, Bro. Was ist das schon wieder für ein Boss? Der hat 50.000 Leben, ey. Wir sind noch voll wenig Autos geupgradet. Hier musst du voll viel noch upgraden, Bro. Hinten, in der Ecke. Ja, also, ja. Ich gebe alles. Ich gebe alles. Alle upgraden, Max. Ja, ja, wenn ich wieder, sobald ich Geld habe, mache ich hier wieder. Zehntausend. Upgraden, upgraden, upgraden. Zack, 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 zack. Ah, die ziehen zu wenig. Kriegst du das, dass du upgradenst? Oh Gott, ich glaube, ich denke mal. Ja, weil du geldst, wenn du nicht upgradenst hast. Ich habe schon fast auf maximale Stufe. Ja, Bro, was soll ich machen? Geld upgraden, Bank upgraden. Oh mein Gott. Oh mein Gott, die kommen schon wieder so durch hier. Wir kriegen es nicht hin. Bro, wir sind schlecht. Wir sind leider, also ich dachte, wir wären gut, aber ich muss leider sagen, wir sind Noobs. Sind wir nicht, sind wir nicht. Upgraded. Das Auto wird doch den besiegen. Zack. Die Autos machen echt viel Schaden, komm schon. Nein, nein, nein. Land nach, land nach, land. Nein, oh mein Gott. Mit 100 Leben kommen die hier durch. Ey, das darf doch nicht wahr sein. Ich weiß, ich weiß nicht. Hier muss irgendeine Meta geben. Es muss hier irgendeine Meta geben, die wir noch nicht kennen. Vielleicht ist auch die Meta Scharfschützen, die über die ganze Map schießen. Ich weiß nicht. Das bringt gar nichts. Wir haben, Bro, wir haben schon, man muss leider, wir müssen uns, glaube ich, eingestehen, Bro. Wir haben versagt. Wir sind gut in Bro-Blogs. Ja, wir, eigentlich schon, aber wir haben versagt. Nein, Bro. Ich glaube, diese Laser, ich weiß nicht, ob die Laser so das Richtige ist. Weiß ich auch nicht, Bro. Weiß ich nicht. Die haben DPS 66. Und wieder Schaden, und wieder Schaden, und wieder Schaden. Aua. Nein, der letzte Gump. Ey, Leute, wir werden es leider nicht schaffen. Wir werden es nicht schaffen. Leute, wenn ihr davon mehr sehen wollt, und wollt, dass wir es nochmal schaffen, lasst gerne ein Like und Abo da. Und bis dahin, haut da rein, Leute. Euer Crybiz. Wir werden es nicht schaffen.